ARD Text im Auftrag von Funk Ich glaube, das ist das Neue. Es schmeckt nicht ganz so süss wie alle. Aber ich bin auch nicht sicher. Cheers! Ah, das ist das Alte. Ich glaube, ich merke den Unterschied. Das ist auch das Normale. Vielleicht. Ich glaube, das war auch das Normale. Jetzt hast du das Neue. Nein, ich weiss. Ich bin 100% sicher, dass es das Neue ist. Okay. Ich würde sagen, das ist das Normale. Das ist sicher ein anderes. Es ist noch schwierig. Es sind sicherlich noch ähnlich. Ich würde sagen, das ist das Normale. Und nicht ganz ähnlich. Ich würde sagen, das wäre ein Ergebnis. Okay. Also völlig voll schön. Sozusagen. Naja. Naja. Ich hätte gesagt, Cola. Auch. Naja. Aber weniger süss. Naja. Das ist wieder das. Naja. 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 Ja, das ist das Neue. Es ist frisch. Die Flasche war ewig lang offen. Das ist jetzt wirklich das andere. Aber ich tue das auch hier hin. Was ist das? Zeiss, ich gehe vielleicht nachher noch weg. Okay. Ich weiss schon gar nicht, ob die anderen schmecken, aber... Ich tue das nochmal hier hin. Aber wir haben sicher nicht alle von diesen drei getan. Das schmeckt cool, also. Mach mal das... Ich tue mal das Eis da rüber. Das ist das. Das ist jetzt so... Das ist jetzt so ein bisschen anders. Was ist das? Bei dem bin ich wirklich am sichersten gewesen, dass es das Neue ist.